Nachdenkseiten. Die kritische Website. Die neue Partei für die Fleißigen und Tüchtigen. Ein Artikel von Rainer Balzerowiak. Seit Sonnabend ist das Bündnis Sarah Wagenknecht Vernunft und Gerechtigkeit, kurz BSW, eine richtige Partei. Auf dem Parteitag im traditionsreichen Berliner Kosmoskino, wo einst Walter Ulbricht und später Erich Honecker ihre eigenen Logen hatten, wurde mit beeindruckender Präzision alles abgearbeitet, was das deutsche Wahl- und Parteienrecht so alles vorgibt. Mit der Wahl von Stellvertretern und Beisitzern für den Bundesvorstand, Mandatsprüfungs-, Wahl-, Antrags- und Schiedskommissionen sowie eine Aufstellungsversammlung für die Liste zur Europawahl, nebst Generaldebatte und Verabschiedung des Wahlprogrammes. Wirklich zu entscheiden hatten die knapp 400 Mitglieder, die der Einladung zu dem Parteitag gefolgt waren, allerdings nichts. Weder gab es Kampfkandidaturen um Vorstands- und Listenplätze, noch Änderungsanträge. Noch nicht einmal Fragen an die vorgeschlagenen Bewerber nach deren Vorstellungsreden. Denn die diesbezüglichen Messen waren schon längst gesungen. Die eigentliche Parteigründung fand bereits am 8. Januar auf einer Versammlung der 44 Erstmitglieder in einem Berliner Hotel statt. Dort wurden auch quasi unverrückbare Pflöcke zur inhaltlichen Positionierung und zur personellen Aufstellung eingerammt. Parallel dazu erfolgte die Aufnahme von rund 400 weiteren streng handverlesenen Mitgliedern nach der Maxime, dass man die junge, noch nicht gefestigte Partei vor sogenannten Spinnern, Glücksrittern, Narzissten und Extremisten schützen müsse. Ein Verfahren, das bei einigen nicht berücksichtigten Beitrittswilligen durchaus für Verbitterung sorgte. Darunter auch einige langjährige Mitstreiter der am 8. Januar gewählten Parteivorsitzenden Sarah Wagenknecht, wie der Musikproduzent und ehemalige Bundestagsabgeordnete Dieter Dehm und die ehemalige Bundestagsabgeordnete Pia Zimmermann, die laut Medienberichten im Namen von 27 Genossen in einem Schreiben an Wagenknecht und ihre Co-Vorsitzende Amira Mohamed Ali gegen ihre Aussperrung aus dem BSW protestierten, was aber auf wenig Resonanz stieß. Dezentes Grummeln an der Basis signalisierte am Sonnabend allerdings das Wahlergebnis für den langjährigen SPD-Funktionär und ehemaligen Oberbürgermeister von Düsseldorf, Thomas Geisel, der für den zweiten Platz auf der Liste für die EU-Wahl nominiert wurde. Während sich der Spitzenkandidat Fabio De Masi und der für Platz 3 aufgestellte frühere Top-Diplomat Michael von der Schulenburg über Zustimmungswerte von 97,5 bzw. 97,8% freuen konnten, erhielt Geisel lediglich 77,8%. Bei aller Parteitagsdisziplin stoßen Geisels unermüdliche Bekenntnisse zu Gerhard Schröders Agenda 2010-Politik, stießen dann doch eher sauer auf. Auch bei den Beisitzerwahlen für den Parteivorstand erhielt Geisel mit nur 66% das mit Abstand schlechteste Ergebnis. Möglicherweise klangen den Mitgliedern da auch noch die Worte der Publizistin Daniela Dahn in den Ohren, die als Gastrednerin bei der Eröffnung des Parteitages mahnte, als Internationalistin erwarte sie von der neuen Partei die anhaltende Gültigkeit der revolutionären Forderung Ein Satz, den Geisel, aber auch viele andere BSW-Repräsentanten mit Sicherheit so nicht unterschreiben würden. Ohnehin war es ein Parteitag der mehr oder weniger großen Reden und nicht der Debatten. Immer wieder tauchte dabei ein Begriff auf. Die sogenannte Repräsentationslücke, die im politischen System der Bundesrepublik entstanden sei. Auch dafür fand Dahn klare Worte und beschwor die faschistische Gefahr und das Gedenken an die Befreiung von der NS-Herrschaft. Es brauche wenigstens eine Partei, die auch im Bundestag ohne Wenn und Aber für Frieden und Antifaschismus eintrete. Und diese Rolle habe die Linke längst aufgegeben. Andere Redner bezogen besagte Repräsentationslücke vor allem auf die sogenannten Fleißigen und Tüchtigen im Land. Und diese Lücke sei eben nicht mehr mit den althergebrachten Rechts-Links-Schema zu überwinden, so Wagenknecht. Sie verwies auf die gesellschaftliche Breite der neuen Partei. Zu den Mitgliedern der ersten Stunde gehören laut Wagenknecht Gewerkschafter, Unternehmer, Ärzte, Professoren, Künstler, Theologen und Polizisten. Darunter sowohl politische Neueinsteiger als auch Menschen, die bereits in anderen Parteien aktiv waren. Aber, Zitat, wir sind keine Linke 2.0 und keine Partei des Postengeschachers und der Intrigen. Oder, wie es Co-Vorsitzende Amira Mohamed Ali eher schlicht formulierte, Wir sind die seriöse Alternative für alle Menschen, die sich schlecht behandelt fühlen. Wobei die Prägung des BSW durch ehemalige Mandatsträger, Mitarbeiter und Funktionäre der Linken unübersehbar ist. Was allerdings auch alternativlos ist. Denn die Herkulesaufgabe, binnen kurzer Zeit quasi aus dem Nichts einen kampagnenfähigen Parteiapparat nebst funktionierenden Landesverbänden aufbauen zu müssen, erfordert entsprechende Erfahrungen und auch ein gewisses Grundvertrauen unter den leitenden Akteuren. Im Schrifttext ist an dieser Stelle die Rede von Sarah Wagenknecht verlinkt. Mit stehenden Ovationen gefeiert wurde auf dem Parteitag aber nicht nur Wagenknecht, sondern auch der EU-Spitzenkandidat Fabio De Masi, der ausgesprochen markige Formulierungen wählte. Er wolle dafür kämpfen, dass gegen Steuerdumping endlich die Daumenschrauben angezogen werden. Vor allem bei den großen Tech-Konzernen. Auch müsse die EU dafür sorgen, dass Arbeit nicht so billig wie Dreck sein darf. Generell wolle er eine EU, die nur da Kompetenzen hat, wo sie es tatsächlich besser kann. Und man müsse ihr in den Arm fallen, wenn sie in die Kommunen reinregieren will. Wie das Verhältnis zwischen erwünschten EU-weiten Regelungen, etwa bei der Steuerpolitik, und der ebenfalls erwünschten weitgehenden Gestaltungsfreiheit der Mitgliedstaaten nun genau aussehen soll, wird in dem auf dem Parteitag verabschiedeten Wahlprogramm aber nicht wirklich schlüssig dargelegt. Im Schrifttext ist an dieser Stelle die Rede von Fabio De Masi verlinkt. Fast verstörend wirkt auch die nahezu verklärende Passage zur Geschichte der EU. Zitat Doch ein nicht näher erläuterter Bruch habe später dazu geführt, dass sich der europäische Einigungsprozess in einer Sackgasse befände. Angedeutet als mögliche Ursache wird unter anderem die Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der EU. An anderer Stelle heißt es dagegen, dass die Krise der EU nicht einfach auf einzelne politische Fehlentscheidungen zurückzuführen ist, sondern grundsätzlicher in den EU-Verträgen begründet liegen, die den Rahmen für die Politik der EU setzen. BSW fordert ferner ein Moratorium für die EU-Erweiterung und lehnt die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine, Moldau oder Georgien ab. Eindeutig positioniert sich BSW in der Migrationsfrage. Zitat Dazu von Journalisten befragte BSW-Repräsentanten, die das vor nicht allzu langer Zeit noch ganz anders gesehen haben, verwiesen auf ihre in Anführungszeichen Erkenntnis, dass es angesichts der zugespitzten Lage in vielen deutschen Kommunen einfach nicht mehr anders ginge. Das verspricht Zündstoff im Wahlkampf, vor allem mit der Ex-Partei vieler BSWler. Klare Kante auch in Sachen Waffenlieferungen an die Ukraine, die sollen eingestellt werden. Und Wirtschaftskrieg gegen Russland. Gefordert wird, wir wollen die Öl- und Gaslieferung aus Russland wieder aufnehmen und langfristige Energieverträge schließen. Das umjubelte Schlusswort des Parteitages hielt dann Oskar Lafontaine. Es ist im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt. Der 80-jährige Politiker strebt zwar kein Amt oder Mandat mehr an, will aber der Partei mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auch er fand markige Worte. Der Ampel warf er eine Verhöhnung der Menschenrechte vor. Die Lücke im Parteiensystem müsse gefüllt werden. Dazu gehörten höhere Löhne, höhere Renten, bessere Sozialsysteme und Frieden. Es brauche auch einen Kanzler oder wenigstens SPD-Vorsitzenden, der sich an die Losung »Nie wieder Krieg« erinnere. Es sei angesichts der deutschen Geschichte ein Verbrechen, Waffen zu liefern, mit denen Russen getötet werden sollen. Nach einer kleinen Auszählungspanne bei der EU-Wahlliste ging der Parteitag dann doch einigermaßen pünktlich zu Ende. Er diente zweifellos nicht der Diskussion und Vertiefung der politischen Positionen. Er war vielmehr eine Mischung aus Familientreffen, Medienoffensive und Teambuilding-Maßnahme zur Selbstvergewisserung. Kann man so machen. Und war zu diesem Zeitpunkt wohl auch angebracht. Streit wird es noch früh genug geben. Doch jetzt geht der Blick nach vorne. Wagenknecht kündigte sichtlich erfreut an, dass man am Montag offiziell den Status einer parlamentarischen Gruppe im Bundestag erhalten werde. Da habe man zwar deutlich weniger Redezeit als die Fraktionen, aber sie sei ja froh, überhaupt wieder im Bundestag reden zu können, was ihr von ihrer alten Fraktion in den vergangenen Monaten verwehrt wurde. Und wir werden beweisen, dass wir in zwei Minuten mehr sagen können als all die, die da eine halbe Stunde rumsabbeln. Auch finanziell geht es für die neue Partei aufwärts. Am Sonnabend wurde bekannt, dass ein vermögendes Ehepaar aus Mecklenburg der neuen Partei eine Million Euro gespendet hat. Ausschlaggebend für ihre Spende sei die Friedenspolitik gewesen, sagte die 60-jährige Ehefrau dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Wir freuen uns über die Aufmerksamkeit. 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 Wir freuen uns über die Aufmerksamkeit.